Von Hitzlsperger bedient, lahm und dann freie Fahrt für Christian Pander. Hat der einen Lauf, Spieler des Spiels beim Revier-Burby gegen Dortmund am vergangenen Sonnabend. Dann ist er der 14. Debutant unter Jogi Löw und dann schüttelt der mal eben so einen Schuss raus. Und die Chance für Michael Owen auf der anderen Seite. Jetzt kommt doch Fahrt rein hier.